Aber es ist nichts passiert, Alter. Es gibt nur einmal alles. Es sind noch kinkige Minuten zu spielen. Auf den Hasen, kurz ist es im Stadion zum Tor. Ja, ich kann morgen fast den Türkei nehmen, wie es ist heute. Denn der Aschleber hat einige Fußball-Talente auf den Baum. Und Türkei versucht das noch einmal. Schnelles Spiel. Was ich noch mal denke, wie ich mich behält. Kurze Handlung. Das war knapp, das war knapp. Ich glaube, dass die Saison nicht gelungen hat. An der Stelle sind die Fans noch einmal ausgefordert, richtig Stimmung zu machen. Vielleicht sehen wir den Tor. Im Moment stehen das 1 zu 2 für die Mannschaft von Ruti. Schafft ihr Fettler mit den Ausgleichs. Sie lassen sich ganz schön mit mir eindrücken jetzt. 0h00. Das war 19. Aber er ist nicht klar, wie es geht. Das war die Saison jetzt ganz wichtig. Aber es geht zum 1 zu 1. Wir schauen noch mal nach. Ich glaube noch ein bisschen. Ich glaube noch eine Worte, Der Torgerdt hat auf das Schießbuch. 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. Das war der Schluss für das Gute, Leuten in den Leverese und wir sagen an der Stelle schon mal Danke zum Schiedsrichter und wir sagen auch Danke allen Spielern, die sportlich viel miteinander umgegangen sind. Und dann fallen die kleine Daumen auf. Gut, 3 zu 3, wie gesagt, ich überhole mich gar nicht.